Geht los! Jo, willkommen zu einer neuen Folge! Äh, Tee? Ein ausschaltendes Lamm? Ah, ja. WTF?! WAH! Hier kommen wir rein! Ja, äh, nice! Ja, geil! Ich mag diese B***h! Ähm, Tobi? Ja, ja. Weißt du, wo ich bin? Du bist weg. Gut erkannt. Oh, ich hab frame... Ich hab grad ein... Frame drops, frame drops. Bei mir steht es einfach mal da. Es geht weiter. Bei mir, ähm, schon... So. Ja, ich bin rausgeflogen und dann stand es plötzlich. Pass auf die Tür auf. Ach, schon wieder... Alter. Ja, hier hab ich, äh... Das ist aber Deckding. Okay, ah. Hier hab ich frame drops. Ich weiß nicht warum. Wie sind die PDB? Ja, kurze Frage. Keine Ahnung. Alter, was hab ich denn hier für frame drops? Ich glaub, wir sind jetzt hier durchgekämpft, ne? Ja, glaub ich ja. Granate! Hat mir die Snipergranaten, ne? Was? Immer diese Snipergranaten. Mhm. Ich fahr mal schon auf meine neue Grafikkarte. Welche wird es sein? Ähm, höchstwahrscheinlich die Zota GTX 86. Wow, Leute, die sind da draußen auch noch. Ja, schon, die sind hier draußen, ja. Muss ich nicht. Muss ich auch nicht. Waren sie letzte Frage nicht. Du hast ja schon die PDWR, oder? Äh... Eine Weapon. Eine... Oh, ein UMP. Ach, hier, will ich sonst Kiste. UMP-alike. Ach, die sind hier draußen. Rings ist das Iron Setzen der UMP ganz geil. Muss ich schon so sagen. Wo sind die denn? Ah, da stehen sie. Warst du? Ja, das war's. Keiner mehr da. Okay, ich hab die MP7, die UMP, Claymore, Granaten, okay. Halt, die UMP hab ich auch. Mit Iron Set. Oder so, irgendein... Ja. Er visiert, hofft, nee, oder? Nee, Iron Set. Okay. Ich find ja, was eigentlich bei der UMP sogar relativ geil. Ja. Bei der MP7 eigentlich auch. Wow, irgendwo. Da, ganz ehrlich, nicht so. Da. Ich find die MP7 eigentlich hier in diesen Gebäuden richtig geil. Da geht die schon ab. Wow. Wenn ich hier sterben würde. Du bist ein bisschen ziemlich Muni. Muss ich schon sagen. Ja. Okay, doch, hier ein, zwei Schussgarten ist nicht so viel. So. Ich komme zu dir rüber. Ja. Mach was nicht, was du kannst. Ja, ich kann's nicht lassen. Ich mach hier, erinnert mich irgendwie hier in den Close Quarters. Hm? Die sind, erinnert mich irgendwie voll an Close Quarters. Ja. Aber dann, dafür sind doch vielleicht ein bisschen zu offen. Ja, stimmt. War eigentlich schon relativ schön. Ach. Oh, zu offen. Nein, ich hab dazu gedacht. Eka, nee. Gebet. So. Wo sind jetzt die Gegner? Ah, das bist du. Schön durchschleichen, ne? Alter, diese Madden, diese Spしました. Spätschslöser. Spätschslöser. Okay, cool, hier ist ja nicht mal jemand. Oh, nicht. Schöten, kicht. Wart auf dein Kameraden. So, Tür. Fuck! Fuck, sie ist blockiert. achten der von da hinten oder auf der mission habe ich weniger FPS und dieses manchmal ja und dein BF3 Leck und Leck auch ist ganz komisch aber die Musik ist chillig aber die Musik ist chillig wenn du das als Musik bezeichnest da weiß ich es nicht bei mir ist eine Musik oh geben wir bös bitte ich denke ich 86 das weiß ich noch nicht höchstwahrscheinlich so um die 400 Euro nice aber das lohnt sich dann auch ja was das ist für zehn Jahre was 2 3 2 3 4 5 5 aber da steht noch einer so schwingen denn ach ich war auch schüch ich bin plötzlich die Tür auf der Stiftwarte bis die Kameraden auch die Position muss nach oben und nach unten ich bin ich bin auch wo sich die an der Tür jetzt geöffnet glaube ich glaube ich ich bin jetzt hier eine ganz große Perspektive ja ich stehe neben der Tür ja ah und jetzt geht es los ok gehen wir es an oh nice du bist du bist du ich bin oben auf der Empore ich bin oben auf der Empore und du bist unten sicher wow ich gehe mir böse hier oben oh mir auch wir sollten hier nicht sterben gell weil realisieren wird schwierig ja Hitmarker aber ich hole alle die hier oben stehen weg die von unten schießen auch auf mich die von unten schießen auch auf mich was du gemessert Kribi will ich so runterkommen ähm ja im Moment oh oh wenn diese Lecks vorbei sind dann würde ich noch ein paar Leute ausschalten und dann runterkommen ob du das ja dürfte ich locker schaffen ich nehme glaube ich die Treppe ist sicherer oh crazy schön schießen oh man so so das Problem wir sind beide unten gibt es nicht also ich kann wieder hochkommen ich renne hoch weil von oben kann ich besser die Rückendeckung geben sicher ja weil ich halt alles von oben sehe ich sie die Gegner schneller ja aber jetzt bin ich hier wir waren das da ja und hier muss auch noch eine Munitionskiste es ist natürlich bei mir und noch dann ist das auch chillig oh alter jetzt kassiere ich hier schon so ziemlich wow alter oh ich weiß nicht was an der Mission was mit bei dieser Mission los ist ich habe das ich habe das die Aufnahme kurz gestoppt und neu gestartet ob das was hilft meistens hilft das was komisch ist aber meistens fließt kurz wenn ich ins Visier reingehe wirklich ja das ist komisch dann ist der Raum vielleicht ausgelastet ne 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 ich bin mal im PC wie viel hast denn du 8 oder 8 und 4 x 3,6 G GZ soll da so sein 4 x 3,6 GZ soll da so sein 4 x 3,6 GZ? ja ich hätte zu tun ja ja hier ist nur noch mal kein Kreis 377 oder 3.860 ja D3 3.820 stimmt ja ok den 60er gibt es ja nicht mal ich gebürt keinen 60er der 20er ist der letzte von der 3.800er Serie glaube ich wo ist der Dunkel ist hier gar nichts what the fuck speziell RDS auf jeden komischen Ding garage der steht steht bei dir hier garage auch auf englisch dann oder äh bei mir ist hier 4 4 3 2 2 was denn das äh I don't know entweder es packt wie immer LOL LOL der Typ ist durch die Mauer gekommen und hat mich gemessert wirklich ja I'm happy ähm kannst du den schaffst du den ja hier ist noch gar keiner mehr ah ok dann nein der kam wirklich durch die Wand und warum konnte ich da gar nichts dagegen tun so der PDW das ist was tolles oder glaubst du ich kann was dagegen tun wenn da plötzlich einer durch die Wand kommt nein einfach immer spammen hier ja 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 so schnell kann man doch nicht weg ach nee will ich gleich Autofahren sagst du ja er will Autofahren du fährst ok du fährst ach man was packst du denn 50 FPS und dann rum ja ok bei dir nichts ist ja klar weil bei mir direkt auf den Server ja manchmal ich mach kurz Aufnahmestopp und guck mal in meine Programme was so wieder zurück ich hab nichts gefunden was irgendwie verbrauchen kann mein PC ist grad nicht mal ist nicht mal unter der 40% Marke also er ist nicht mal dran er ist unter der 40% Marke er ist unter der 40% Marke ok aber nur weil du kannst boah warte ich hier einstecken ok fahr mal los wie sieht denn unser Wagen aus äh wir haben so ein äh keine Ahnung was soll ich sagen ich bin so ähnliches was ich bin so ähnliches ich bin so ähnliches und wir haben chillige Musik wir haben chillige Musik oh ich rufe die G-Bahn und wir haben es geschafft haha geil geil weil wir müssen immer wieder Prozent alles hinbekommen ja die endlich nochmal ja dann sehen wir uns in der nächsten Mission das wäre das wäre Dauerregen also bis dann dauernd genau Ciao